Einheit der Heimat ist der Weg zu ihrem Wohl. Alles Lob gebührt Allah in der Welt, in dem seiner würdigen Schrift sagt, und haltet insgesamt an Allahs Seite fest. Und zerfällt nicht und denkt der Gnade Allah gegen euch, da ihr Feinde wart und ihr euer Herzen so zusammenschloss, dass ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Und da ihr am Rande einer Feuer grau bewahrt und er euch ihr Interesse, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr euch recht leiten lassen mögt. Ich bezorge, dass es keine Guteil da außer Allah und Teilhaber gibt, und ich bezorge, dass unser Prophet Mohammed sein anbetende Hina gesandter ist. Und nun zum Thema. Zu den edlen Prinzipien und Lehren des Islam gehören die Liebe zum Heimatland. Seine Verteidigung, die Arbeit an seinem Fortschritt und seinem Wohlstand. Denn alle Nationen, die sich wissenschaftlich und kulturell entwickelt haben, haben hinter ihren treuen Männern, deren Herz voll Liebe zu ihrer Heimat erfüllt ist. Und sie haben großzügig zu der fruchtbaren Arbeit beigetragen, die den Bürgern und dem Lande zugute kommt. Der Islam hält mit Nachdruck zu Zusammenschluss und Einheit und lehnt Auseinandergehen und Zerblitterungen ab. Der Gesandte Allahs vergleicht die Zugehörigkeit der Muslimen zueinander mit einem einzigen Körper. Wenn ein Gliedmaß unter einem Schmerz leidet, klagen auch andere Gliedmaßen über diesen Schmerz. Der Islam erhebt die Liebe eines Muslimen zu einem anderen Muslim zu einer Voraussetzung des Glaubens und nimmt mehrere bestimmende Faktoren, die das Ansehen der Heimat stärken und diese schützen, sowie die Voraussetzungen für die Nationalität darlegen, damit eine Zugehörigkeit einer anderen nicht überwiegt. Zu diesen bestimmenden Faktoren gehören die folgenden. Der Koran ist wahrhaftig ein allumfassendes Offenbarungsbuch und enthält nichts Gewundenes. Allah macht ihn zu einer Barmherzigkeit für die Menschen. Ferner offenbart er in ihm Beispiele, Lehren, Ermahnungen, sowie Gebote und Verbote. Wenn die Menschen all dies ernst nehmen und es in ihrem Leben praktizieren, gewinnen sie im Diesseits und im Jenseits. Die Sonderheit seines Propheten, Allah segne ihn und schenke ihn wohl ergehen, erklärt ammige Dinge. Allah ordnet uns an, dass wir ihm und seinen Propheten gehorchen. Der Prophet wies uns an, dass wir seiner Sonderheit und der Verhaltensweise der Richtgleiche den Kalifen nach ihm folgen. Es ist bekannt bei den Muslimen, dass der Koran und die Sonderheit die beiden ersten Quellen der Gesetzgebung und der Rechtsnormen im Islam sind. Sie müssen die oberste Autorität für die Gesetzgebung und Verfassung des muslimischen Heimatlandes bilden. Unsere wahre Religion weist uns im erforderen Koran an, Führungspersönlichkeiten zu gehörten. Zu diesem Personenkreis zählen Herrscher und ihre Stellvertreter, aber auch Wissenschaftler und Gelehrten. Der Gehorsam ihnen gegenüber ist eine Bepflicht, solange er nicht zu einer Sünde gegenüber Allah, dem Allmächtigen und Majestätischen führt. Der Islam weist uns an, dass wir sie in allen Dingen unterstützen. Denn ihre Unterstützung gilt als eine Unterstützung für alle Muslime. Wir sollen ferner den führenden Persönlichkeiten Ratschläge geben und sie beispielsweise vor einem Feind oder einem Neider warnen. Der Muslim soll sie mit Wort und Tat verteidigen. Denn ihre Stärkung bedeutet auch eine Stärkung der Heimat. Der Islam kam, um die Menschen von den Finsternissen heraus hin zum Licht zu bringen. Er beseitigt Ignoranz und Unwissen der Menschen und lässt sie nicht auseinanderlaufen, sondern zusammenkommen. Die Muslime sind aufgefordert, an der Religion Allahs festzuhalten und nicht auseinanderzugehen. Nachdem Allah ihre Herzen zusammenführt, auf diese Weise macht Allah die Muslime zu Geschwistern im Islam und betont sogar diese Brüderlichkeit. Ein Muslim soll seine Mitmenschen nicht missachten. Jeder Muslim ist angewiesen, seinen Bruder zu lieben, wie er sich selbst liebt. Der Islam fokussiert auf das Echten von Zerplitterung und Aufruhr, dem derartigen führt zu großem Übel. Schützen der Heimat und des Staatsbürgers Der ehemalige Koran berichtet uns von absoluter Sicherheit, die Menschen sollen in dieser Zeit ein sicheres Leben führen, was sich auch auf ihren Intellekt, ihre Ehre und ihr Vermogen bezieht. So werden sie auch im Jenseits vor Qualen sicher sein. Unser Prophet Abraham Friede sei mit ihm, bat Allah darum, dass er seine Angehörigen und seine Heimat sichert, bevor er um Lebensunterhalt bat. Denn Sicherheit ist die Grundlage eines guten Lebens. Das Vermögen ist wertlos, wenn es keine Sicherheit gibt. Unser Prophet Muhammad, Allah segne ihn und schenke ihn wohl ergehen, sprach über diese Bedeutung und erwähnte, wer Gesundheit, Sicherheit und Lebensunterhalt eines Tages hat, hat das Leben in dieser Zeit. Der Erhabene sagt, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Eine Verheißung binden für ihn in der Tora und im Evangelium und im Koran. Das sich anstrengende und erledigende Verpflichtungen in bester Weise. Es wurde überliefert, dass ein Mann beim Propheten Allah segne ihn und schenke ihn wohl ergehen vorbeikam. Dann seien die Gefährten des Propheten Allah segne ihn und schenke ihn wohl ergehen von ihm Anstrengung und Aktivität, dermaßen sie sagten, O Allahs Gesandter, wie wäre es denn, wenn seine Arbeit auf dem Wege Allahs wäre? Da sagte der Prophet, wenn er sein Haus verlässt, um für seine kleinen Kinder aufzuwenden, ist das auf dem Wege Allahs. Wenn er sein Haus verlässt, um für seine alten Eltern aufzuwenden, ist das auf dem Wege Allahs. Und wenn er sein Haus verlässt, um sich selbst tugendhaft zu machen, ist das auf dem Wege Allahs. Und wenn er sein Haus aus Höchalei und Ruhmrederei verlässt, ist das auf dem Wege des Satans. So spornt unsere wahre Religion zum Arbeiten bzw. Tun des Besten an. Der Erhabene sagt, der den Tod erschaffen hat und das Leben, dass er euch prüfe, wer von euch der Beste ist im Handeln. Und er ist der Allmächtige, der Allverzeihende. Er sagt auch, O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann eilt zum Gedenken Allahs und stellt den Geschäftsbetrieb an. Ein, das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und wenn das Gebet beendet ist, dann zerstreut euch im Land und trachtet nach Allahs Gnadenfülle und gedenkt Allahs häufig auf, dass ihr Erfolg haben mögt. Doch wenn sie eine Handelsware oder ein Spiel sehen, dann brechen sie sogleich dazu auf und lassen dich im Gebet stehen. Sprich, was bei Allah ist, ist, dass es besser als Spiel und Handelsware und Allah ist der beste Versorger. Der Prophet Allahs Gnadenfülle zählte das Essen, das der Mensch selbst besorgt hat, als das Beste, indem der Prophet sagte, keiner hat etwas gegessen, besser als das, was er selbst besorgt. Und der Prophet Allahs David, Allahs Gnadenfülle und Gnadenfülle, bepflegte das zu essen, was er selbst besorgte. Zu den wichtigsten Faktoren des Staatsaufbaus gehören das Wissen und die gute Verwaltung, denn der Aufbau verlangt Wissen, Erfahrung, Training und Spezialisierung und nicht nur Hobby. Der erforderte Koran und die edlen Propheten Sonderbetonen betonen dieses Konzept. Der Erhabene sagt auf Zunge von Josef, Allahs Gnadenfülle und Gnadenfülle, er sprach, setze mich über die Schatzkammern des Lands, denn ich bin ein Hüter, ein Wohlerfahrener. Allah sagt auf Zunge der Tochter von Shoaib, von Moses, Allahs Gnadenfülle und Gnadenfülle, er sprach einer der beiden, O mein Vater, denke ihn, denn der beste Mann, den du denken kannst, ist einer, der stark ist. Ehrlich. Der Prophet Allahs Gnadenfülle und Gnadenfülle, er gepflegte, seine Gefährten nach Erfahrung und Leistungsfähigkeit anzustellen, wenn nicht aus Gefälligkeit oder Liebe oder wegen Verwandtschaft. Es wurde von Abu Dar, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, überliefert, dass er zum Propheten Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen sagte, O Gesandter Allahs, würdest du mich zu einem Herrscher nennen? Da schlug er mit seiner Hand meine Schulter und sagte, O Abu Dar, du bist schwach und die Herrschaft ist ein anvertrautes Gut und ist am Tag der Auferstehung, Schindlichkeit und Reue. Es sei denn, wer sie für wahre Beauftragung bzw. Verantwortung hält und dabei seine Verpflichtungen verrichtet. In dieser Hinsicht sagte der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen zu Abdurrahman ibn Samra, O Abdurrahman, strebe nicht nach der Herrschaft, denn wenn du sie erfreust, ohne danach gestrebt hast zu haben, wirst du dabei geholfen. Und wenn du sie aber erfreust, nachdem du danach gestrebt hast, nimmst du dich auf sie. Ich bitte Allah für euch und für mich und vergeben. Alles Lob, Geburt Allah, Herr der Welten. Ich bezeuge, dass es keine Guteheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbeten Diener und Gesandter ist. Die Schwester im Islam. Zweifelsohne hat die Liebe zur Heimat eine große Bedeutung im Islam. Dies ist eine menschliche Veranlagung. Allah erschaffte Menschen mit dieser Veranlagung. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, liebte seine erste Heimat, Mekka, sehr und war sehr traurig bei seiner Auswanderung aus Mekka. Wenn die Leute von Mekka den Propheten nicht vertrieben hätten, hätte er Mekka sicher nicht verlassen. Denn es war ja seine Heimat, in der er aufgewachsen war. Nach seinen eigenen Worten war es das beste Land in seinem Herzen. Als die Sehnsucht nach Mekka sich verstärkte, sagte Allah, der hoch Erhabene, zu ihm, Wahrhaftig, der dir den Koran für Bepflichtung gemacht hat, werde ich sicher zu einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen. Als der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, von Mekka nach Medina auswanderte, bat er Allah, dass er ihn in Medina leben lassen möge, wie er ihn, Mekka, habe leben lassen. Allah, der hoch Erhabene, erhörte seine Bitte. Immer, wenn der Prophet von einer Reise nach Medina zurückkehrte, blickte er auf die Mauern von Medina und veranlasste, wegen seiner Liebe zu Medina, sein Reitkamel, dass es schnell läuft. Zu den wichtigsten Faktoren des Staatsaufbaus gehört die Gerechtigkeit, die alle Menschen gleich ohne Bevorzugung bzw. Unterscheidung ansieht. Allah, der hoch Erhabene, sagt, Allah gebietet Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun und zu spenden wie den Verwandten und er verbietet das Schändliche, das offenbar Schlechte und die Übertretung. Er ermahnt euch, auf dass ihr es beherzigt. Man sagte, dass sein, dass ein Staat mit Gerichtigkeit zusammen mit mehr Glauben und nicht mit Ungerichtigkeit und Islam erleben kann. Daher lehnt der Islam jede Form von Ungerichtigkeit und Turanai ab. O Allah, lass uns die Sicherheit in unseren Staaten erfreuen und leihe unseren Geschäftsführern den Erfolg und bewahre unsere Heimatländer vor Turanai und Verdebnis. Und Allah weiß es am besten.